Ich habe mich nicht erwischt. Euer Team hat einen Turm zu stoßen. Folge mir bitte. Ich habe mich nicht erwischt, okay. Und ich pop mich jetzt hier durch. Das habe ich schon mal besser gesehen. So, dann haben wir hier mal noch den Teufel. Oh, ho, ho. Habe ich ein Schwein manchmal? Nicht, dass mich jemand noch verfolgt irgendwie. Kann ich ja jetzt eh nutzen. Guck mal, der macht sich doch bestimmt hier gut, oder? So. Ähm. Was hole ich mir? Ah, ich hole mir das Ziel. Home Guard, da kann ich noch schneller laufen. Maschinen, Maschinen, Maschinen. Und habe 440 Laufspeed, alter. Ein Gegner wurde getötet. So. Ihr seid der Angeschmierte. Ihr seid der Angeschmierte. Ich hole mir ganz kurz mal hier die Buffs. So, alle sauren. Los geht's. Vielleicht schnell mit dem. Wow. Alter, guck mal den Steck von dem einfach mal. Krasse Schokolade. So, und bei den Drachen einfach mal mit dem, wenn er das kann. Dann mache ich Drachen, dann sei einfach fertig. Oh, das ist Baron. Kann ich Baron mit dem machen? Äh. Ich habe das wirklich. Jetzt seht ihr mich. Jetzt seht ihr mich nicht. Leute, der hat ja noch zwei Mäule an der Seite. Das habe ich noch nie gesehen. Das ist mir noch nie aufgefallen. Das gehe ich aber mal wirklich zum Drachen. Denn sonst wird das hier nichts. Das wird ein Spaß. einmal drache gefällig so knapp da habe ich keine chance vielleicht bin ich vielleicht bin ja bin ich aber nicht dann machen wir ich teste gerade aus gut da bin ich am wasser verweckt ich bin warum ich so lebensfroh bin ich weiß es nicht wahrscheinlich weil ich wenigstens eines bei noch nicht bleiben kann ohne dass irgendwelche probleme auftauchen das könnte der grund sein warum ich so lebensfroh bin wie siehst du mit folgenden mittlerweile also hat er mich im level erreicht und ja zu 13 ich habe die zeit wo ich gar nichts gemacht habe die verbündete wurde getötet ich habe hier so auch nicht auf die kacke Boah. So, was auf hier? Boah, Alter, mach ich Schaden. Alter, mach ich Schaden. Ja, Wolke macht jetzt irgendwas. Was hast du denn für ein Problem jetzt? Alter, hast du das wieder rausgeholt, alles klar. Ja, das ist also... Ich möchte jetzt nichts gegen Wolke sagen, aber man sollte vielleicht überlegen, wie man in ein Spiel geht. Nein. Lass uns einfach. Er hat mir vorher schon Probleme gehabt, ich habe ihm gesagt, er sollte es auch sein. Sein, sein, sein. Ähm, naja. Er sollte es auch... Sein Spiel mal neu starten, hat er nicht gemacht. So, jetzt muss ich mal ganz kurz mal aufschlagen, da ich tot bin. Ähm... Wolke... Raus... Leidem. Ein Gegner dominiert. Sehr schön. Und so vergesse ich das nachher und ich glaube, das möchte er nicht dem Let's mehr haben, was er gesagt hat. Nicht böses, aber... Ist peinlich. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh, er hat's übernimmt, okay. Oh, ich wohne in einer anderen, das ganz bisschen leer. Was lief gut? ich hab's ja ich noch nie beobachten wie viel power der hat ich habe immer nur gesehen habe bis den oben ist habe ich hier gekillt habe ich nie mitbekommen dass er so irgendwie power hat aber jetzt ist so mittlerweile weiß ich kann ich hier irgendwas die klinge danach werfen kann ich nicht ich könnte meinen teufel aufstellen oh mein gott so lucky damit ich bin ja karl ich bin noch ein stein springt aus hier marschieren marschieren da habe ich ein speed drauf naja wo wir genauso als wolke so was können wir uns den leisten schlecht wo ich würde sogar mal ganz kurz warten dann kann ich mich das hier noch mal kaufen 20 gold da ist gerade der jazoo oder sieht böse aus wie ich glaube der stirbt so ein kleines stückchen näher huch was ist das denn? ah ich bin gegen inhibitor gesprungen sehr süß sehr süß sehr süß ein gegner wurde getötet das wird entschreien so dann holen wir uns hier die hier ach jetzt kann ich ja sogar mit dem thiamat arbeiten stimmt ja nice ihr seid die angeschmierte das waren zu viele ich habe mir das nur zwei dann werde ich jetzt vielleicht noch entkommen aber drei sind ein bisschen viel wenn die sind da drin ne hat auch kein glück aber er hat glück und den kling ist auch noch komm komm schon krank ja das war sehr intelligent hast du wirklich glaubt dass die noch da drin ist nein hast du nicht denn da bitte schaffen wir das we schaffen wir das ich bin nicht in den neunsten und 16 Sekunden schräg Tentsägg oh mein Gott weg ooo das lief nicht so gut Das lief gar nicht so gut. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ich muss ja schnell hin. Oh, haben sie den Dings bekommen? Ah, komm, stürme an den. Ja, komm, stürme an den. Nein, schade. Das wäre so episch jetzt geworden. Aber sie kriegen das Ding, den Baron auf jeden Fall nicht mehr. Ja, ist da. Super. Ja, bin ich zwar jetzt für gestorben, aber... Man muss für die gute Sache sterben. Glaub mir, Freunde. Oder man sucht damit seine Ausreden irgendwie. 9, 14. 2, 14. Na, ich bin voll der Feeder. Okay, der hätte immer noch nichts mehr mitgekriegt. Ah, das ist gut. Bin ich nachher auf die Nase erst mal. Los, komm, schnell. Ich will gerade... Ich will gerade mal, wenn ich mir jetzt... Theoretisch gesehen möchte ich mal es ausprobieren. Und zwar, wenn ich mir jetzt... Ne, bringt nichts. Gibt keinen zusätzlichen Speed. So, okay. Begeistert du dich nach und basho? Oh, wir haben... Oh, wirklich? Das ist ja nice. Kommst raus, ich kriegst das mal sowas. Na, dann bin ich doch begeistert. Spring mich an, Baby. Spring mich an. Und den nächsten... Und den nächsten... Und den nächsten... Was soll ich mir die A-Ring? Ja, seid ihr angeschmiert. Aber, was will ich... Dick bin. Oh, das geht so schnell gerade. Alter Schwede. Da hat es ja gar keine Chance. Ich freue mich nicht. Ich freue mich nicht. Das ist... Die Eindes. Das fand ich gerade mal voll nice. Einfach rein im Boom-Tot. Yay. Schon mal meinen Dragon. Sollte eigentlich jetzt ziemlich leicht gehen. Level 17 und Baron Nashor. Hier, meine Kumpel-Zerbauer-Gesüttel. Was kannst du? Nichts kannst du. Nichts kann ich Versetzen wenn ich nicht zu viel leben polieren und baro und dings getötet hätte ich schon gehen sollen Ja hier noch ein bisschen farmen Ein kleines stückchen näher Das wird wohl nichts tut mir leid Heute nicht die dame heute nicht So Boah killt doch die Ash Leute killt doch die Ash Rind euch doch die Ash Das ist doch Ich meine wer rennt denn bitte nicht zuerst auf den Supporter los Vor allem wenn er ganz hinten steht das ist doch totaler Schwachsinn Bitte also ich meine das ist jetzt wirklich nachvollziehbar oder? Labe ich jetzt scheiße Labe ich scheiße Oh jetzt habe ich Rüstung Nice Alter guck mal meine Rüstung an 100 100 Das ist auch ordentlich Meine Tode allerdings auch Die Ari ist glaube ich so einfach killt die ganze weise einfach nicht gut ist Ich möchte lieber beleidigen liebe Ari aber es kann sein dass du nicht unbedingt das beste Du bist das beste Du bist das beste was mir nie passiert ist Ich tut so gut wie du da rein springst und stirbst Ich sagst dir viel zu selten Ich bin ziemlich stark verwirrt Ich höre nicht wie bei zu viel sind wie ich weiß La 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 Ich bin ja Level 18 Komm schon raus 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 Jumps 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 Komm schon Und Alter wir haben verloren Jumps Ja so ist irgendwo am fluss Also Das ist natürlich Thanks for feeling Ash Ja wir haben verloren Es war ja nicht anders voraus zu sehen wir werden mit Junko noch mal eine Runde spielen Vielleicht mache ich nächste Runde gleich nochmal mit Junko Und wir hauen das auch noch raus Und wir sehen uns beim nächsten Mal Vergewaltig war sehr gut Adios